um jetzt melde sich hier sind die zufurt wir scheitern gefühlt ist aber wenn der der tüten das bestimmte immer wieder auf allgemein schützt als auch mal bleiben ja auch immer wohlwollend ich hab kein bock dann da immer was rauszuschneiden wenn man das ist das Problem in der Gilde doch hat die Sachen bescheiden das kannst du alles raus schneiden ich bin da nicht für verantwortlich er ist also ob das auf YouTube geht weil wie gesagt lass das Video erst mal unten ja ich guck da nicht jedes Video nach bevor ich es hochlade deswegen weiß ich nicht ob es damit schon drin ist oder nicht das war auch der Wobbe Null ist holen die Hüse mit diesen Miedern die Gäste das ist ein bisschen die neue Nürnberg in Westfork die Beschluss hier eigentlich weil sie ist richtig klein da und nur in der Zeit immer frei weil fehlt immer noch gut der Fleisch ist alles gut fürs Kochen Prozent 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 ja das sieht irgendwie ist er noch Jo wo auch die Limboe 4 auch an den jahren e die das war der das war das das ist richtig stark die kleinen meister der aber noch weiter gewerblich ist das selbische er kommen wir gehen jetzt wir gehen jetzt die Lichtkönigungen mit den Fünften er war uns doch der sechste mit dem Hut du tagst du mit der anderen Hut ja der der heilte und so weiter also was die sind ganz schön stark ein Lichter und rutscht ähm warte mal es war jetzt beschubt um wo Urstein liegt er will ich doch noch nicht nehmen er wird uns kein was die Christen wie sie sagst außerdem folgen die gar nicht für den Urstein ja und Tiefel um die doch ja gleich tot den Verbrecher hm? hm? ja komm, portig hm? portig oh Herr Stein ja das ist der Unterschied, ich mache lieber alles in Ruhe, ich hab nämlich Zeit wozu soll ich mich porten, wenn ich jetzt rausgehen kann und noch mission leveln kann, äh die Erfahrungspunkte äh weil ich auch noch zocken will ja, ganz schön dann geh weg ne, und das ist das Witz zum wahrscheinlich schon, ne? ey, wie lange nehmen wir auch halbe Stunde, aber schon ... was, drei Levelabsorben? ja, drei dann nur bei 2.15 Uhr was er wollte ich noch einmal diesen Rüsenboss töten ja mit der Armee auf die dicken mit der Armee immer auf die dicken ich denke man ist auch bestimmt heftig mit der Armee da hat er keine Chance der Dicker hat auch zwei von den Polen hat auch keine Chance stimmt eigentlich nee dass du anguckst guck dir das mal an mach ja nichts das vor Ort ich bin die nicht nur und ich will auch auf das Leben und die Prozent so auch ziehen das muss ich noch vorstellen wenn jetzt unabstückt die Erste mehr der Fette schon ein ganz anderes Kaliber der Kreisler gucken vielleicht wir haben weil sie nie wird 6 es ist nicht der Vetterdacht und nützt 8 mit dem Kurs war es 100 maximal jetzt kriegst du bist vielleicht ein bisschen mehr weil die haben wir gemacht wird sie stärken dann hast du es gesungen was passiert sache ist aber hallo Ja, kippt man rum drauf. Ja, er spackt wirklich rum gerade. Es ist ein bisschen... Ja, 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 ja. Es wurzelt die Wurzel in die Erde, die Erde. Hm, wir wollen nicht sagen, dass wir so vermitteln, ja, 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 ja. Wir wollen auch nicht auf einem Minimap anbezwingen. da ist er braucht hier er kommt das ist es zu geben die Böscher die Karte war am Strand oder so wenn er ist ein ganzes Weg um das sind mehr als zwei glaube ich oder drei daneben und wenn ich erlauben ein oder so schön da ist noch was der Wurzel immer mitnehmen das heißt das kann das war einer so komische Wagen und auch springen was hat irgendwie die falsche Richtung auch wo er ist kein Scheiß weil er fällt immer von Süden nach Norden das ist nur die Richtung die man nicht braucht und ich habe mir auch gut und informieren da ist einer Richtung schon da durch was sind da kommt hier lang das muss ich kommen ich denke mal ungefähr bei den Tillich noch gibt die Kräste an den Ganzen der Tico und die machen ihn kaputt die 6 da haben wir auch schon drauf kommen wir auch schon drauf wir schaffen nur das hier Nein jetzt drüber das sagt er kommt wir schaffen die das schaffen die Abo ist gleich weg die Abo ist gleich weg jetzt die Abo weg soll sich das in der Abo oh guck dir das mal ey der ist sowieso nicht lootbar nein der war auf andere doch auch nicht gut dann gebe ich jetzt die beiden Quest ab was haben wir denn da noch nichts verkommen lassen also das habe ich früher auch als ich WoW gespielt habe und ich irgend so was gelbes auf der Karte gesehen habe kannst du beide nicht abbauen sofort hin kannst du beide nicht abbauen weiß ich glaube ich gerade auch gesehen und noch mehr von denen du mir so mal leveln so langsam dass er es auch auf 20 Wochenstern bei 20 Kuhn war alle sieben sind voll das Dream Team Prozent zu sechs da ist schon tot jeder Verschuldung vor dem mit dem Kultus und in ihr so ist nach Pizza hatte er zählen Prozent zu sagen mit der Ziviler Pizzer auch heute schon wieder für sich gut um so hoch erlaubt 15 die kann der Prozent St über das erst mal jetzt so waren das wir müssen in dem Christen dann schon dort schon mal anmelden während der Schuhe H8 zumal noch zufällige als das noch mehr zufällige und als Lieder auch hier ist Lieder der Vorne natürlich geht es wieder das hier Gert da klicken wir gleich drauf und Treffer und wir hatten Baden getroffen obwohl sie gerade stehen so unlaublich so auf den Mordung oder zwei verteidigte Sendung zu sehen doch auf scharf sind auch wohl krit für uns nicht so toll ist ach Mensch äh Zack Kriegen wir doch auch Erfahrungspunkte durch das Beenden ne? Ja was denn? Wenn wir die Belohnung da kriegen Kriegen doch dieses Paket, Geld und Nicht nur das Erfahrung ne? Nicht nur das halt auch durch das Killen der Mobs im Dungeon Bessere Items ne? Ja natürlich Du hast Beine verkauft eben Ja das sind aber nicht die richtigen Achso Yeah Dann das weg, das kann alles weg hier Ne, 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 wo ist denn der Sprung? Vielleicht, oder zwei, weiß ich nicht genug Das kann jetzt nur alles weg hier, weil es alle Schrott ist Und das hier Wo ist die Hose? Hm, mit abgeht Mist Ich bin mal gespannt, wann wir den ersten Run kriegen Wurden so lange dauert es nicht Meines 6 Das ist 6 Uhr Da ist es an mich So wie viele Leute und Das haben wir das erst mal Erst mal mal Eichen hingucken Das geht über diese verdammte Oh, von Silberblatt haben wir auch nicht Will ich über Form gehen mit meinem Nutscher? Weil wir so wie so nachleveln müssen wir mal gucken Ähm Joa, das lohnt sich Du, wir machen das so wie So kurz vor 19 Uhr, ne Joa, ich weiß ja nicht, wie lange gezahlt hast Ja, der Sänger Erzähl ich dir kurz So kurz vor 19 Uhr machen wir erstmal keine Dungeon Runs mehr Und ich achte einfach mal nicht auf die Zeit Weil wenn es dann 19 Uhr ist, brauche ich mich immer fast zur Fahrschule Ach, ehrlich Das heißt, wenn wir 19 Uhr zufällig haben und ich hab nicht auf die Uhr geguckt Dann können wir auch nicht weiterspielen Weil ich kann ja ruhig mal aussetzen Ich hab noch nicht mal angefangen, ich mach wenn ich Abi fertig habe Aber ich glaube, das hat ihr ja schon mal erzählt Hm, hast du schon, äh, ich glaube, wie oft war ich jetzt schon zur Theorie 16, 17 Mal? Ja, weil das Blöde ist, ich würde genau dann wirklich anfangen, wenn die Abi-Prüfung ansteht Das dann, naja, gut, geprüft werden, würde ich wirklich erst mal die Abi-Prüfung anstehen Das geht einfach nicht, ich hab einfach vorragend Jetzt gesagt, bin ich jetzt schon viermal gefahren Katastrophe mit mir Das glaube ich Mein Falllehrer sagt, das, das, äh, das, äh, nicht zu doll abbremsen Das kriegt die Katze noch Angst, die Mund saß auf der Mauer Ich so, ich hab mehr Angst vor der Katze als sie vor dem Auto Das glaube ich weniger Wir werden erlernen, die hier als erhebliche Die hier als primäre Und, äh, als, äh, kleine, geringe Äh, die hier Die hier brauchen wir Für das so geil, wie man hier rein fliegt, ne Ganz ehrlich Ähm, Lava Eruption Und, die, äh, hau mal als nächstes, rein bei Lava Eruption, einfach so was von stark Das bin richtig geil, ey Ich sag mal Lava Eruption Erektion Natürlich Verpass uns mal ein Irokesenschnitt Ich find das sieht so geil, du musst dir ganz ehrlich Doch, da wird mir viel von sehen Ich bin mal ganz kurz in der Stube Und erst mal auf Klo, sag mal so Es war uns Griegerort und das muss auch nicht unbedingt sein Und, der, und der kann ja weitererzählen, erst mal So So So, das kriegen wir erstmal den, Kaster Wolf gleich Krochen Darunter Gucken wir doch mal, schauen hier Bild Boni, natürlich, wir sind nicht der Stube von 25 Prinz Moment, jetzt will ich nochmal gucken Weiter